Wir müssen schnellstmöglich aus diesem Wald hier heraus. Die Bestie könnte noch hier sein. Was auch immer das war, ich schwöre, dass ich es töten werde. Euch ist nicht klar, dass ihr dem Tode gewalt seid. Die Sonne geht weit unter. Es werden mehr kommen. Und sollte das ja eine Falle sein, werden wir da nicht einfach reinlaufen. Sind wir nicht längst in der Falle? Dieses Land ist unser Feind. Es wird erscheinen, wütend zu sein. Die Hoffnung stirbt wie Weinreben im Frost. Macht euch bereit. Wolfsrudel versuchen oft, das schwächste Mitglied einer Gruppe vom Rest zu trennen, um es besser jagen zu können. Es ist doch bloß ein Tier, weiter nichts. Ein Tier, das einen Mann zerfleischt und seine Eingeweide ausgenommen hat, bevor wir überhaupt wussten, was passiert.